Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 3 Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Es ist noch recht früh am Morgen und bisher ist auch tatsächlich nur Dahlia wach, glaube ich. Der komplette Rest dieses Haushalts schläft noch. Vor allem Joe und Luna. Die sind möglicherweise ein bisschen spät ins Bett gegangen. Oh nein, und ich sehe gerade, ich habe Lunas Frisur verkackt. Nein, ich habe ihr extra eine Frisur ausgesucht, weil sie ja heute einen Hochzeitstag haben. Und ich habe wohl ausgewählt, dass es jetzt für alle Outfits so ist. Aber okay, das ändere ich später. Das ändere ich später. Es gibt auch ein paar Neuigkeiten. Und zwar habe ich ein bisschen umdekoriert. Wir haben jetzt hier ein anderes Esszimmer. Weil ich fand, der runde Tisch hat nicht so wirklich zu der Form von dem Raum gepasst. Deswegen haben wir jetzt einen normalen quadratischen Tisch. Oder rechteckigen Tisch, ist ja kein Quadrat. Und hier habe ich noch wieder so einen kleinen runden Tisch gekauft. Bisschen kleiner als der, den wir vorher hatten. Einfach, damit es hier keine Probleme mit der Tür gibt. Aber den finde ich auch ganz süß. Ich hatte erst überlegt, ob ich da diesen Tee-Tisch aus dem Store hinstellen soll. Aber dann dachte ich mir, ich stelle doch lieber einen normalen Tisch hin. Ich glaube... Ne, ich lasse das mit der Frisur. Ich ändere das später. Ich ändere das später. Ich glaube, die anderen beiden Kids sollten auch noch... Genau, die schlafen auch noch eine Weile. Und wir haben auch kein Frühstück mehr im Kühlschrank. Das ist ein bisschen blöd. Und Dahlia muss jetzt Müsli frühstücken. Aber das hält sich schon aus. Das hält sich schon aus. Das habe ich früher als Kind immer gefrühstückt. Was macht Bella denn da? Bella? Hat sie jetzt Nina aufgeweckt? Ach man, Bella, was machst du denn? Gott, okay. Aber ist egal. Eigentlich ist es sogar ganz praktisch, weil dann kann sich nämlich Nina um Frühstück kümmern. Noch mal Pfannkuchen. Oh, und Svea ist auch schon machen und hat für die Fähigkeit Klavier so eben Level 4 erreicht. Not bad. Oh, schade, dass ich die Musik nicht hören kann. Was machen wir denn mit dir? Ich glaube, wir warten jetzt erst mal ab, bis das Frühstück fertig ist. Und ich gucke mal kurz in den Garten, den ich so sträflich vernachlässigt habe. Ach, Moment mal. Ah, okay, es ist Frühling. Ich dachte gerade, es wäre Winter. Ah, schwierig. Wie kalt ist denn 9 Grad Celsius? Ich habe nämlich die Hochzeit draußen geplant. Hm. Wir werden sehen, wie gut das klappt. Am Ende erfrieren wahrscheinlich alle Hochzeitsgäste. Aber okay. Aber hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir können auf jeden Fall Kaffeebohnen ernten und wir müssen hier etwas neu anpflanzen. Die Wassermelonenpflanze. Und hier fehlt, glaube ich, ein Salat, oder? Das habe ich hier immer zwei angepflanzt. Knoblauch, Knoblauch. Wassermelone, Wassermelone. Weinstock, Weinstock, Kartoffeln. Hä, was war denn dann hier? Was habe ich denn da dann angepflanzt gehabt? Ich kann mich nicht erinnern. Aber sonst hatte ich Tomate, Zwiebeln. Nee, Tomate habe ich auch nur einmal angepflanzt. Ja gut, vielleicht war da auch tatsächlich gar nichts. Ich weiß es nicht. Wie sieht es im Turm aus? Ah, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wir müssen wahrscheinlich uns jetzt auch dann wieder ein bisschen aufs Geldverdienen konzentrieren, weil ich möchte ja mit Zwieher ausziehen, damit wir endlich die zweite Generation beginnen können. Ich weiß aber nicht, wie viel Geld ihr dann zur Verfügung steht von dem, was wir jetzt hier auf der Familienkasse haben. Muss ich vielleicht später mal gucken. Oh, das könnten wir eigentlich gleich machen. Spricht eigentlich nichts dagegen. Ach nee, nicht umzeigen Urlaub nehmen. Ah, Immobilien umziehen innerhalb dieser Nachbarschaft. Dann schauen wir doch einfach mal, wie das läuft und wie viel Geld sie dann zur Verfügung haben wird, wenn wir ausziehen. 1.700. Oh Gott. Ah, oh Mann. Ich dachte irgendwie, dass wir halt wenigstens ein Haus kaufen könnten mit dem gesamten Vermögen der Familie, aber anscheinend tatsächlich nicht. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall dringend noch ein bisschen Geld verdienen, weil mit 1.700 kommen wir nicht weit. Oh, oh. Okay, die beiden, okay. Die beiden starten in den Tag mit einem Techtelmechtel. Ich glaube, ich schalte das wieder aus. Ich finde das ein bisschen nervig. Ah, wo war das nochmal? Techtelmechtel. Moment. Menschliche Sims? Genau, selbstständig machen wir mal wieder aus. Das ist mir sonst zu anstrengend. Wie sieht es unten aus? Ist das Frühstück schon fertig? Äh, Nina? Nina geht. Sienna ist schon in Partystimmung. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir frühstücken erstmal. Wer muss denn jetzt eigentlich alles frühstücken? Wahrscheinlich alle, oder? Zum Essen rufen. Dalia hat schon gegessen, aber sonst hat, glaube ich, noch keiner gegessen. Wir rufen einfach mal alle. Geht das? Das geht sich aus, oder? Ich glaube schon. So, mach das mal Sienna. Dann können einfach jetzt alle schnell zusammen frühstücken. Wobei ich glaube... Ah doch, okay. Joseph ist auch fast ausgeschlafen. Und Luna ist auch gerade ausgeschlafen. Ja, perfekt. Ich dachte, das würde noch länger dauern. Und sie möchte einen Spiegel im Wert von mindestens 690 Modems neu kaufen. Ich weiß ja nicht, ob das sein muss. Ist das nicht schön hier drin? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die gelben Vorhänge behalte. Aber eigentlich finde ich das auch ganz, ganz cool, wenn sich da so die Farbe von den Sonnenbrunnen wiederfindet. Oh, und ich sehe gerade, der Blick hier ist voll schön auf den Brunnen und auf unseren kleinen Minipark. Das ist ja süß. Bis auf den Hund da, der ruiniert irgendwie so ein bisschen das gesamte Bild. Aber okay. Ich bin jetzt am überlegen, ob wir gleich die Hochzeit feiern sollen. Aber ich glaube... Ja, wobei ist das auch eigentlich schon 10, gell? Könnten wir eigentlich schon machen. Aber vielleicht kümmern wir uns vorher noch schnell um den Garten. Nina, das könntest du übernehmen. Und Sienna kümmert sich oben um ihre Kräuter. Ja, um hier Garten pflegen. Ach nee, zuerst pflanzen wir das hier. Dann kann ich es nicht mehr vergessen. Genau, und Sienna, du gehst hier oben in deinen Turm. 5000 Stockwerke und... Oh, ist hier was tot? Nee, Pflanze des Lebens. Genau, du kannst dich um die hier kümmern. Und der Rest... Ah, ich glaube, Joseph sollte ein Buch lesen, ne? Vielleicht können wir das noch schnell lesen, bevor wir los müssen. Und der möchte Gärtnern. Oh, ich weiß auch nicht. Ich weiß ja nicht. Das macht's weh. Oh, sie hat eine gute Zeit mit Mitch. Das ist schon süß. Das ist schon süß. Oh, und die Spielmaschine ist kaputt. Immer noch. Ach stimmt, ich glaube, Sienna hatte den Wunsch, dass sie die hier repariert. Das können wir vielleicht auch noch kurz machen. Die Location ist schon vorbereitet. Leute, wie ich euch schon... Wie ich ja schon gesagt hatte, werden wir draußen heiraten. Oh, okay, 13 Grad. Oh, das wird vielleicht ein bisschen kühl. Aber okay, wir werden sehen, wie es läuft. Aber ich bin schon gespannt, was sie zur Hochzeitslocation sagt. Ich habe echt lange überlegt, wo das jetzt stattfinden soll. Ich fand das gar nicht so einfach, mich dafür zu entscheiden. Okay, ich gehe mal hier rauf mit sie, ne? Und dann... Ich muss nämlich aufpassen, dass sie sich nicht ins Gewächshaus absetzt. Sondern dann soll sie, wenn sie hier oben fertig ist, soll sie gleich gehen und die Spielmaschine reparieren. Und vielleicht... Ich gucke mal, was haben wir denn jetzt so im Inventar alles? Hat sie auch Sachen ab... Oh, sie hat auch... Ja, sie hat auch Sachen von Nina abgeerntet. Dann tue ich das mal kurz in das richtige Inventar rüber. Also, wir haben Mitternachtsboden. Die kriegt Nina. Dann haben wir Patty. Burgerfleisch. Ach, wie geht es eigentlich unserer Steak- und Burgerfleischpflanze? Steakpflanze? Burgerfleischpflanze? Es geht ihnen gut. Was brauchen wir denn da für eine Qualität? Zehn Steaks. Hervorragender Qualität. Ja, dann muss man die wohl neu anpflanzen, fürchte ich. Beziehungsweise in besserer Qualität neu anpflanzen. Warum hast du Müll im Inventar? Weiß man nicht. Aber Gott sei Dank... Warum kann ich das da nicht reintun? Hallo? Warum kann ich das da nicht reinschieben? Egal. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Moment, ich brauche sie mal kurz, damit Nina mir nicht ständig wegläuft. Holunderbärbohnen. Kona-Bohnen. Ah ja, können wir ja viele Kaffeebohnen heute verkaufen. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann kriegen wir Money. Und dann können wir vielleicht doch schon mit Svea umziehen. Es ist zwar traurig. So. Es tut mir echt leid, dass wir diese Familie zurücklassen. Aber wir müssen halt in die zweite Generation starten. Und ich hoffe, dass sich die zweite Generation dann auch nicht so zieht wie die erste. Das tut mir ein bisschen leid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Aber ich habe den Eindruck, dass wir schon sehr, sehr viel Zeit in der ersten Generation verbracht haben. Genau. Okay. So, Sienna gießt noch hier kurz die Blumen. Aber das ist genau die Pflanze des Lebens. Okay. Ich muss auch gucken, ob es irgendwas gibt, was ich vielleicht dann Sienna, äh, nicht Sienna Svea mitgeben möchte. Zum Beispiel ein paar Früchte des Lebens. Nein, Nina, was machst du denn hier? Was machst du denn hier? Nein, 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 nein. Kümmer dich mal. Ach so, sie ist unten schon fertig. Bist du schon ganz fertig? Hey, sie sieht tatsächlich so aus. Krass. Okay. Ja, dann, ähm, weißt du was, dann kannst du dich, äh, kannst du dich schon mal frisch machen. Ah, hier ist gerade besetzt. Warum haben wir eigentlich nur zwei große Bäder? Das Haus ist so riesig. Warum haben wir nur zwei große Bäder? Ich weiß nicht. Ähm, hier, geh mal duschen. Mach dich frisch. Wie sieht es bei den anderen aus? Was machst du? Ah, Leute, ihr hattet recht. Sie hatte ja letztens schon so random so ein Outfit an. Und ich wusste nicht warum, aber, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war. Einer von euch in den Kommentaren, was, vielleicht Babsi, ich weiß es nicht mehr, hat mir gesagt, dass es an diesem Zauberspiegel liegen könnte. Und das scheint tatsächlich so zu sein. Das ist ja cool. Okay, geh mal ein bisschen mit, äh, mit Magie spielen. Liebe, liebe Luna. Ähm, so, wie sieht bei Sienna aus? Bist du fertig? Fast. Fast. Okay, so, dann gehen wir jetzt noch kurz die Spülmaschine reparieren. Und dann, glaube ich, fangen wir auch schon an, die Hochzeit zu planen, damit sich das... Ah, es ist jetzt eh schon eins, gell? Ich hoffe, ich habe das nicht zu weit nach hinten geschoben. Genau, die Mädels braucht da... Ja. Dahlia sitzt am Klavier. Geh mal stattdessen auf die Toilette. Wir haben ja hier... Wenigstens Toiletten haben wir richtig viele. Ähm, und warum bist du so hungrig? Ja, ist egal. Es gibt eh bald Hochzeitstorte. Dann, Joe, du kannst dich auch mal frisch machen gehen hier. Genau, wie sieht es bei den anderen aus? Perfekt. Sienna kümmert sich um die Spülmaschine. Nina macht sich frisch. Äh, Luna spielt mit Magie. Wobei, du könntest eigentlich auch auf die Toilette gehen, ne? Ah, ich lasse hier noch ein bisschen spielen. Joe macht sich auch frisch. Svea geht's mega gut. Genau, und die Kiddies sollten eventuell auch noch duschen. Aber ich glaube, die lassen wir jetzt ungeduscht. Die nehmen wir ungeduscht mit auf die Hochzeit. Okay. Äh, ist die Spülmaschine fertig? Ne. Äh, Svea? Äh, Sienna? Boah, ich... Diese Namen. Diese Namen sind sich einfach zu ähnlich. Sienna, geh mal auf die Toilette. Und dann möchte ich immer noch, dass du dich um die Spülmaschine kümmerst. Ich möchte das gerne abschließen, bevor wir losgehen. Dankeschön. Das sollte ja nicht allzu lange dauern. Achso, jetzt habe ich gerade hier gar nicht gelesen, was das überhaupt war. Klavierfähigkeiten um ein Level verbessern. Okay. Der derzeitige Klavierbegleiter des Theaters ändert häufig mitten in den Liedern die Tonart, was einige Sänger sehr ärgert. Verstehe ich. Wenn Svea die Klavierfähigkeiten um ein Level verbessert, wird die Theaterleitung Svea den Job geben. Das ist doch cool. Okay, so. Ähm, ganz schnell die Spülmaschine. Und dann Luna, kannst du... Oh, nee, Luna sollte noch kurz auf die Toilette gehen, glaube ich. Genau, Luna, Luna, lass den Hund und geh kurz auf die Toilette. Dankeschön. Und dann möchte ich gerne, dass du deine Hochzeitsparty planst, und zwar auswärts. Ich hoffe ja, das läuft alles gut. Wie viel Grad hat es elf? Okay, es ist wieder kühler geworden. Wir heiraten... Oh Gott, jetzt muss ich sie erst mal finden. Genau, wir heiraten im Literaturcafé. Oh Gott, wie ein Ladchenjahr. Ja, wen lade ich denn da jetzt ein? Also, sie hat genau eine Freundin. Samantha Nguyen, die ist jetzt schon alt, okay. Ähm, ja, Flynn laden wir auch ein. Die ganzen Do's müssen auf jeden Fall eingeladen werden. Jennifer... Genau, Jennifer, Jane, John und Rachel. Cora und die Flins können wir eigentlich auch einladen. Oder? Ja, ich glaube, das passt schon. Also, Hochzeitsparty, äh, formelle Kleidung. Okay, perfekt. Die Hochzeit beginnt um 16 Uhr. Du solltest ein paar Vorbereitungen für die Hochzeit treffen. Kauf und platziere zum Beispiel ein Hochzeitsblablabla. Ich habe natürlich schon alles vorbereitet. So, ja dann. Ähm, machen wir uns auf den Weg, oder? Ohne die Tiere, aber sonst darf jeder mitkommen. So, äh, besuchen mit Dahlia. Ne, Fridolin nicht. Joseph, Margareta, Nina, Rosalie, Sienna, Svea. Habe ich jetzt alle? Ja, sieht gut aus. Na dann. Auf geht's. Auf geht's. Oh, das wird cool. Ich glaube, das wird ganz cool. Ich hoffe, dass niemand erfriert. Aber wir werden sehen. Ey, Svea hat sich sogar schon umgezogen. Schaut mal, wie cool sie aussieht. Oh, oh, die Attitude. Ich glaube, Svea hat, äh, resting bitch face. Schaut sie euch an. Eieiei, okay. Ja. Äh, Luna müssen wir auch... Oh, Luna nimmt einfach ihren Besen. Okay, und alle anderen müssen Taxi fahren, oder was? Was macht, was macht, äh, Joe? Äh, Leute? Hallo? Fahrt ihr auch auf die Party, oder wie schaut's aus? Hä? Ach komm, warum funktioniert das nicht? Immer diese Hexen. Also, wir probieren's nochmal. Warum ist Jennifer Doe auf meinem Rundstück? Ich bin verwirrt. So, funktioniert das jetzt? Der erste Gast ist da. Oh, ja, okay. Leute, bitte fahrt alle mit. Oh, oh, oh. Nina und Sienna tragen wieder ihre coolen Hochzeitoutfits. Aber ich glaube, das finde ich okay. Auch wenn's weiß ist. Das lasse ich jetzt mal so durchgehen. So, kommen die jetzt alle mit? Wie schaut's aus? Oh, Gott sei Dank, Alter. Das war jetzt schon mal eine schwere Geburt. Okay, ähm, an den Ort des Geschehens. Ähm, was machst du denn gerade, Luna? Ah ja, die müssen wir... Was? Warum prügeln sich hier Leute? Wer ist das? Maggie Flynn und Edmund Flynn. Was ist denn mit euch? Ah, ist unfassbar. Okay, Luna muss sich jetzt erstmal ihr Outfit abziehen. Moment, Moment, Moment. Das hier. Ich bin ja gespannt, was ihr sagt. Alter, wie sich hier einfach Leute prügeln. Unglaublich. Langweilig wird's auf jeden Fall nicht, Luna. Genau. Was meint ihr? Ich finde, das ist so ein süßes Kleid. Vor allem von hinten mit diesem Rückenausschnitt und der Schleife. Aber von vorne ist es natürlich auch sehr süß. Und ich finde, es passt so gut zu ihr. Muss mal wieder kurz die Headline-Effekte ausschalten. Okay. Ah, ich finde es so schön. Ich finde es so schön. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Oh, da geht schon der Fang ab. Okay, er hat die Musikanlage gefunden, die ich da hingestellt habe. Sehr gut. Dann haben wir hier natürlich die frischgebackene Hochzeitsorte, die wir später anschneiden werden, die ich auch sehr schön finde. Hier in diesem kleinen Pavillon steht... Ziffix, lass mich jetzt... Steht der Hochzeitsbogen. Oh, ich habe vergessen, die Decke zu streichen. Ich hoffe, der funktioniert, weil ich musste den da mit Move Objects On platzieren. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass da irgendwas nicht funktioniert. Genau. Und hier ist dann so diese kleine Eating Arrange. Es war tatsächlich schon so, deswegen... Das hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht, hier zu heiraten, weil ich mir dachte, hey, hier stehen ja schon Tische und Stühle. Voll praktisch. Also ich hoffe, dass das dann alles funktioniert. Hey, die beiden sehen ja schick aus. Wer ist das? John Doe und Jane Doe. Nicht schlecht. Sind die jetzt alle schon angekommen? Oh, es sind tatsächlich schon alle da, glaube ich. Ja, perfekt. Na dann, Joseph, du gehst jetzt nicht lesen. Ich möchte, dass du dich jetzt mit deiner Verlobten kurz ein bisschen unterhältst. Moment. Wo ist denn... Komm, hier, Komplimente über Aussehen machen. Das ist ja wohl das Mindeste. Ich meine, sieh sie dir mal an. Sieh sie dir mal an. Joseph. Auf was genau wartest du? Joseph. Macht Luna gerade irgendwas? Ach, sie unterhält sich mit... Wer ist das nochmal? Mit wem? Spricht sie mit Maggie? Ja, ich glaube schon. Okay. So, haben wir es jetzt. Sind wir jetzt fertig? Oh, das hat ja nicht viel gebracht. Okay, Joseph hat mir das dann aufgegeben, alles klar. Ich möchte aber, dass du das jetzt trotzdem machst. Habe ich gerade ein Pferd gehört? Habe ich vergessen, die Wildpferde auszuschalten? Ja, wunderbar. Das ist ja wunderbar. Okay. Noch ein paar romantische Interaktionen. Und dann... Können wir, glaube ich, loslegen. Hier läuft schon Musik. Hier geht es voll ab. Nina trainiert. Mitch trainiert auch. Was ist denn mit euch? Das ja... Oh Gott, okay. So, also, wir heiraten jetzt einfach mal. Und dann reißen sie sich hoffentlich ein bisschen zusammen. Es ist jetzt gerade ein bisschen schade, dass sie sich umgezogen haben. Aber okay. So, hast du schon wieder hier irgendwas vor? Ja? Was ist das denn? Sie sieht ein bisschen angewidert aus. Oh mein Gott. Schaut sie euch an. Ich glaube, vielleicht schämt sie sich auch gerade einfach für ihre Familie. Das kann ich mir auch vorstellen. Moment. Auswehr. Man hat es nicht leicht. Man hat es nicht leicht. Okay. So, wo sind die beiden Zuverheiratenden? Ich kann heute nicht reden. Oh, sie sehen so hübsch aus. Was hast du denn an, Jennifer? Oh mein Gott. Das hier ist auch... Oh mein Gott. So, warum funktioniert das jetzt hier nicht? Könnt ihr bitte jetzt heiraten? Dankeschön. Bitte. Ach Leute. Das muss doch jetzt hier nicht so kompliziert sein. Es ist schon halb sieben. Könnt ihr das jetzt bitte einfach machen? Dankeschön. Ey, warum sind Sims-Hochzeiten immer so chaotisch und nichts passiert, so wie man sich das vorgestellt hat? Funktioniert das jetzt? Bitte? Ach, jetzt blockieren sie die Tür. Ich raste aus. Fünf Stunden später. Fünf Stunden später. Aber. Ich glaube. Ne, lass mich jetzt. Ich glaube, es könnte funktionieren. Wenn Luna jetzt hier noch durchkommt... Oh, toll. Jetzt ist es natürlich auch dunkel, ne? Aber wenigstens haben die beiden jetzt schon ihren Platz gefunden. Hier ist Jena und Nina feiern schon. Leute, könnt ihr euch jetzt auf eure Plätze begeben? Wie schaut's aus? Hört jetzt mal auf. Es ist jetzt gut. Wir wollen jetzt hier... Wo sind eigentlich die Kids? Ach, die sind auch da, oder? Ja, okay. Was hast du denn an? Was ist das? Warum hast du einen Helm? Oh mein Gott. Ich hatte mir das alles ein bisschen schöner und romantischer vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber was soll's. Was ist jetzt mit euch? Wollt ihr jetzt vielleicht der Hochzeit beiwohnen? Oder was ist los? Die tauschen einfach im Hintergrund schon ihre Ringe aus. Und keinen juckt's. Mann, ich hatte mir das so schön vorgestellt. Gott, der... Svea steht einfach mit dem Rücken zum Paar. Und die beiden hier auch. Das ist doch unfassbar. Das ist doch unfassbar. Okay. Ich muss jetzt hier kurz ein Bild machen. Was für eine traurige Hochzeit, ich sag's euch. Ich bin einfach... Ich bin einfach sehr traurig gerade. Ich bin sehr traurig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir ignorieren einfach die Gäste. Wir ignorieren einfach die blöden Gäste, okay? Unglaublich. Unglaublich. Das ist überhaupt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hasse es. Naja, okay. Ah, gib den Familiennamen des neuen Paares ein. Luna wird natürlich den Nachnamen von Joseph annehmen. Weil ich fand das irgendwie passend. Und ich möchte außerdem auch gerne den Lothario-Namen mit Svea in die nächste Generation tragen dann. Weil wir ja mit ihr auch weiterspielen werden. Äh, halt, stopp, stopp, stopp. Warum... Ah doch, der Name wurde geändert. Mich hat nur gerade diese Meldung hier oben ein bisschen stutzig gemacht. Aber sieht gut aus. Ach, jetzt drehen sie sich um und klatschen. Und vorher hat sie nicht gejuckt einfach, was sie... Unfassbar. Okay, so. Geht mal den Hochzeitskuchen anschneiden, bitte. So, jetzt schmeißen sie Reis. Braucht auch kein Mensch. Vor allem du hier hinten, Jane. Weißt, so 10 Meter vom Paar entfernt, schmeißt sie einfach Reis aufs Gras. Alles klar. Oh mein Gott. So, jetzt muss das Paar hier nur noch bis zum Kuchen durchkommen. Aber wenigstens der Kuchen sieht lecker aus, Mann. Stell dich doch nicht vor mich, Jennifer. Was ist denn mit dir? Unfassbar. Ich muss mal kurz ein Bild machen. Mit dem Kuchen, weil der Kuchen... Ah, Joseph hat die Augen zu. Okay. So, wie sieht's aus? Wollt ihr anschneiden jetzt oder was ist los? Leute. Kommt schon. Schneidet einfach den Kuchen an, bitte. Ah, okay. Luna dreht sich einfach um. Okay. Was? Oh Gott. Okay. Was für ein Chaos. Was für ein absolutes Chaos. So, nimm dir... Nee, nicht Reste wegschneiden, sondern nimm dir bitte ein Stück. Luna, nimm dir bitte ein Stück Kuchen. Dankeschön. Alter, nimmt sich jetzt einfach jeder vor ihr Kuchen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nee, okay, sie hat noch eins bekommen. Ich dachte schon, jetzt holen sich alle Kuchen. Und ausgerechnet die Braut kriegt dann keinen Kuchen mehr. Oh Gott, wäre ich angepisst. Hell no. Hell no. So, ein Platz neben ihrem Bräutigam hat sie auch gefunden. Mitchell ist absolut unpassend angezogen. Dahlia hat einen komischen Helm auf. Alles klar. Aber wenigstens die anderen beiden Kids sehen anständig aus. Hier, Rosalie sieht hübsch aus. Sie guckt ein bisschen zu wieder, aber sonst... Und Margareta sieht auch gut aus. Okay. Was ist mit dir? Ach, das ist der Barista. Okay. Unglaublich. Unglaublich. Ich fühle mich emotional ausgelaugt von diesem Tag. Alles ist ungefähr schief gegangen. Aber das sind wir... Eigentlich sind wir es ja schon gewohnt, seien wir mal ehrlich. Eigentlich sind wir es alle gewohnt. Kann ich jetzt eigentlich den Rest von dem Kuchen in mein Inventar packen? Nee. Wie schade. Wie schade. Das ist echt schade. Boah, und jetzt ist es auch schon 22 Uhr. Und jetzt gehen wahrscheinlich alle Gäste bald nach Hause. Was macht Joseph? Er hat etwas lesen. Du gehst jetzt nicht lesen, Gott damn. Du kommst jetzt hier raus und dann tanzt du mit deiner Ehefrau. Die du gerade eben geheiratet hast. Wie wär's? Klingt das nach einer guten Idee? Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Oh, sie sieht so hübsch aus. Hey, und was ist... Warum lacht sie sich jetzt hier im Ast ab? Hä, so komische Leute auf dieser Ortzeit. Oh, aber das ist cute. Bäh. Ich bin zu weit oben. Das ist doch cute, oder? Immerhin ein paar romantische Momente haben wir... Ups. Haben wir erlebt. Oh mein Gott. Oh. Svea geht ab mit Edmund Flynn. Okay. Oh Gott. Bisschen cringy. Ja, gut. Ich glaube, vielleicht sollten wir die Kiddies ins Bett bringen, oder? Wer geht denn... Wer erbarmt sich denn jetzt und geht mit denen nach Hause? Also, was macht Sienna gerade? Sienna liest eh... Oh, und Sienna ist ultra müde und möchte Enkelkinder bekommen. Das ist ja süß. Oh, Nina möchte auch Enkelkinder bekommen. Das finde ich ja ultra süß. Okay. Dann geht jetzt einfach Sienna mit den drei Kindern schon mal nach Hause, bringt ihn ins Bett. Für die ist es jetzt schon ein bisschen spät. Der Rest kann, glaube ich, noch ein bisschen weiter feiern, oder? Ja, ich glaube schon. Also, hier hin. Nee, Moment. Nicht mit Gruppe hier hingehen, sondern ich will jemanden auswählen. Das, äh... Hm. Okay. Kann ich das hier auswählen? Hier hingehen mit? Nee. Warum geht das nicht? Das ist ja blöd. Okay. Ja, dann müssen sie jetzt irgendwie getrennt nach Hause kommen. So, dann gehen die drei Kiddies nach Hause und Sienna geht auch nach Hause. Habe ich das jetzt bei allen ausgewählt? Ja. Weil die müssen jetzt langsam ins Bett. Außerdem ist morgen wieder Schule, Leute. Morgen ist wieder Schule. So ungern ich euch das mitteile. Aber ihr werdet relativ früh aufbrechen müssen. Oh Gott, dieser blöde Helm, ey. Der hat alles versaut. Dahlia, geh nach Hause. Du sollst nach Hause gehen, Dahlia. Nach Hause gehen. Okay. Wenigstens die anderen gehen brav. Was macht Nina? Nina geht ab. Oh nein. Ich glaube, Luna ist gerade schon auf den Fuß gestiegen. Die sind so süß. Oh nein, schon wieder. Oh je. Ich habe das Gefühl, sie stellt sich gerade nicht so geschickt an beim Tanzen. Ist sie... Ach, ist sie nicht auch ein Tollpatsch oder so? Nee, sie ist eine Chaotin. Aber vielleicht ist da dann die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass sie beim Tanzen jemandem auf den Fuß steigen. Oh nein, schon wieder. Ist das süß. Ist das süß. Ich liebe es. Moment. Ein bisschen den richtigen Winkel finden. Wie cute. Oh. Oh, ist das cute. Wie sieht es denn aus? Sind noch die anderen Gäste da? Mitch ist noch da. Svea ist noch da. Nina ist noch da. Aber sonst sind alle nach Hause gegangen. Kann das sein? Ach nee, hier sind noch einige. Wer sind die denn eigentlich? Ich glaube, das ist die Mutter von Joseph und das ist seine Schwester, oder? Sollen wir mal in den Stammbaum gucken? Genau. Und er hat drei Geschwister. Jennifer, James und Rachel. Ah ja, okay. Und alle fangen mit J an. Bis auf Rachel. Okay. Oh, ist das süß. Aber ich fürchte, wir müssen jetzt dann auch bald... Oh nein, was? Ich habe die Midlife-Cresses von Nina voll vergessen. Die Midlife-Crisis von Nina ist endlich vorbei. Sie hatten nicht so recht das Gefühl, die gewünschte Veränderung geschafft zu haben. Aber sie hat sich mit ihrem Leben abgefunden. Sie hat einen Wunsch erfüllt. Upsi. Oh, das habe ich voll vergessen. Sie hatte auch noch diesen muskulöser werden Wunsch. Aber okay. Well, okay. Ich glaube, Nina muss jetzt auch nach Hause gehen, weil sonst fällt die hier gleich in Ohnmacht. Wie sieht es mit Svea aus? Ja, ich glaube, die verabschieden sich jetzt alle nacheinander. So, ich meine, Jane wollte ich gerade sagen. Luna und Joseph haben ja morgen noch Urlaub. Aber der Rest, der muss morgen wahrscheinlich wieder aufstehen. Ja, wobei. Ah, die Feier ist eh vorbei. Okay, die Feier von Luna ist ganz gut verlaufen. Die Gäste waren froh, dass sie dabei waren. Ja, dann gehen wir jetzt auch nach Hause, oder? Dann könnte ich jetzt auch nach Hause gehen. Hier hingehen mit. Warum kann ich jetzt... Geht einfach getrennt nach Hause. Geht einfach getrennt nach Hause. So, wie sieht es hier aus? Die Kiddies sind noch nicht im Bett. Warum nicht? Ach, die kommen gerade erst nach Hause. Okay. I see. So, du darfst duschen gehen. Du darfst schlafen gehen. Genau, du kannst dann auch schlafen gehen. Mina geht auch schlafen. Geht einfach. Warum kann sie nicht schlafen? Sie hat Kaffee getrunken. Oh, warum hast du dir denn Kaffee reingezogen? Was ist denn mit dir? Okay, ja, dann geh erst auf die Toilette. Um Gottes Willen. Okay. Warum ziehst du dir denn Kaffee rein? Oh, Mann. So, was ist mit dem Rest? Anführerfolgen. Okay. Ich hoffe, es kommen jetzt wirklich alle nach Hause. Das Gefühl, die machen alle, was sie wollen. Na gut, okay. So, ihr beiden Süßen. Ich glaube, ihr könnt jetzt einfach in eurer Hochzeitsnacht schlafen, hätte ich gesagt. Und der Rest wird sich schon irgendwann mal in ihren diversen Betten einfinden. Hier, Techtelmechtel mit Joseph Joe. Äh, Joseph Joe, genau. Joseph Do. Oh, das Kleid ist so süß. Ich finde, das passt so perfekt zu ihr einfach. Richtig cute. Na gut. Ich gönne den beiden jetzt mal ein bisschen Privatsphäre und werde den Rest hoffentlich ins Bett schicken. Das war es erstmal für heute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart und dieses Fest mit mir gefeiert habt. Auch wenn ungefähr alles schief gegangen ist. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich unterstützen mit einem Daumen nach oben. Und natürlich mit einem Abo, wenn ihr noch kein Style gelassen habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.